servus und willkommen zurück bei surströming tv dem hass und hetze entschuldigung ich meine natürlich dem meinungskanal der bundesfilmanstalt schön dass sie wieder mit dabei seid zum heutigen video heute haben wir kein reaction video sondern ein ja ist jetzt im hintergrund schon den valumat denn der neue valumat ist raus und zwar für die bundestagswahl 2021 jetzt im september und ich habe ja vor ich weiß nicht auf zwei wochen ungefähr habe ich ja mal einen beziehungsweise zwei tests gemacht wo stehe ich politisch und es bietet sich natürlich jetzt an jetzt das mal mit den ergebnissen des valumats zu vergleichen es ist natürlich so diese ganzen tests egal ob ich hier valumat oder diese tests wo man halt politisch steht das ist man muss das natürlich als geld sehen das sind keine wissenschaftlichen erhebungen und ja die fragestellung ist oftmals ja auch ein bisschen schwierig weil man hat oft das problem okay man soll sich jetzt entscheiden für irgendwas aber die antwort gerade bei sagen wir mal komplexen themen liegt ja häufig irgendwo in der mitte das heißt oftmals muss man müsste man dann eigentlich sagen ja es kommt es kommt darauf an ja und aber wir schauen mal jetzt hier rein ja was was hier so in den parteiprogrammen am start ist und was mir der valumat dann vorschlägt am ende was ich denn oder wen ich denn dann wählen soll nur und ob das damit übereinstimmt was meine politische ausrichtung angeht die wir ja schon getestet haben wir können das ja auch selber machen entweder parallel ja oder dann hier auch nach dem video ja und ihr könnt natürlich auch sehr gerne dann am ende wenn ihr das auch gemacht habt euer ergebnis wenn ihr denn möchtet in die kommentare schreiben genau und wir fangen jetzt mal an wir haben hier mehrere sachen zur auswahl einmal bundestagswahl einmal berlin und einmal mecklenburg-vorpommern berlin und mecklenburg-vorpommern interessiert uns natürlich nicht wir möchten natürlich einsteigen in die bundestagswahl ja da gehen wir doch mal drauf jetzt so 39 von 40 parteien die mit einer landesliste zur wahl antreten haben die valumat-thesen beantwortet jetzt sind sie an der reihe vergleichen sie ihre standpunkte mit den antworten der parteien der valumat ist keine wahl empfehlung sondern ein informationsangebot über wahlen und politik herausgegeben von der bundeszentrale für politische bildung doch da schau her weil ich ein schluck trinken weil ich wahrscheinlich wieder ewig viel quatschen werde es gibt natürlich wieder achtung billige werbung führt fusion von aldi ihr wisst bescheid und jetzt geht es los start frage eins von 38 auf allen autobahnen soll ein generelles tempo limit gelten nein also ich fahre sehr gerne auto ich war im übrigen ein skoda octavia rs kombi also ein tschechen kübel halt ne geiles auto ein bisschen was unter der haube und wenn mal frei ist dann will man auch mal gerne ein bisschen drauf latschen aber jetzt seien wir uns doch mal ehrlich ich fahre öfter mal auch längere strecken und man fährt eh nicht so schnell also man fährt ja eh gemütliche normalerweise gemütliche reisegeschwindigkeit 140 150 vielleicht und auf vielen streckenteilen erstmal sind überall dauernd baustellen und zweitens ist eh häufig begrenzt ja aber bei ungefährlichen strecken abschnitten da kann man doch die leute auch mal fahren lassen deswegen so generelles tempo limit nö ich würde eher so diese intelligenten leitsysteme vorschlagen das heißt diese ihr kennt das vielleicht diese brücken wo dann je nach wetter oder gefahrensituation tempo limits oder überholverbote oder sowas oder stauwarnungen eingeblendet werden das wäre doch viel viel besser und wäre viel intelligenter als ein generelles tempo damit also da bin ich überhaupt nicht dafür deutschland soll seine verteidigungsausgaben erhöhen ich kenne jetzt die verteidigungsausgaben von deutschland nicht allerdings ja befindet sich meiner meinung nach die bundeswehr jetzt auch nicht gerade im besten zustand allerdings ist das jetzt kein punkt der für mich super relevant ist weil wir haben sehr viel wichtigere themen in deutschland als militär ja ich sage jetzt einfach mal neutral das ist mal eigentlich wie gesagt da gibt es wichtigere sachen bei bundestagswahlen sollen auch jugendliche ab 16 jahren wählen dürfen nein einfach nein man ist volljährig ab 18 ja und fertig und ab 18 soll man auch wählen dürfen ja ganz einfach jugendliche sind ich kenne es ja von mir selber noch aus meiner jugend man ist viel zu leicht beeinflussbar man ist auch nicht gefestigt in seinen ansichten und seinen meinungen das ist man häufig mit 18 auch noch nicht aber mein irgendwo muss man halt die grenze ziehen und volljährigkeit ist glaube ich eine gute grenze ich halte es nicht für sinnvoll jugendliche ab 16 jahren wählen zu lassen die förderung von windenergie soll beendet werden grundsätzlich ich habe ein problem damit die ganze landschaft mit windrädern voll zu pflastern offshore also auf mehr draußen das ist wieder eine andere geschichte aber ich halte es nicht für sinnvoll auf der einen seite zu sagen wir müssen co2 irgendwie schauen dass wir das wegkriegen dann den wald der das co2 bindet abzuholzen um dort dann windräder hin zu pflastern das ist nicht mein thema man muss sich andere sachen überlegen dass man sich was überlegen muss was unsere energieversorgung angeht das sehe ich auch so weil ich meine fossile brennstoffe egal ob öl oder kohle oder weißt du gar was ist nicht unbegrenzt verfügbar das heißt es wird es halt irgendwann nicht mehr geben ich glaube aber auch dass es ohne kernenergie in zukunft nicht gehen wird auf die eine oder andere weise nur mit regenerativen energien und ich glaube hier wird sehr viel geld zum fenster rausgeworfen bei der windenergie deswegen ja sollte man beenden die möglichkeiten der vermieterinnen und vermieter wohnungsmieten zu erhöhen sollen gesetzlich stärker begrenzt werden also das ist praktisch der mietendeckel im endeffekt und das klingt zwar auf den ersten blick gut für die mieter langfristig gesehen hat es aber nachteile meiner meinung nach dann denn dann werden keine neuen wohnungen gebaut investitionen werden weniger werden sehe ich so das sieht man teilweise auch schon es gab ja in berlin gab es nicht in berlin gab es glaube ich mietendeckel man müsste das anders machen nämlich günstigen wohnraum müsste der staat schaffen ja sozialwohnungen oder was auch immer ja es mein man sollte es jetzt nicht vielleicht nicht komplett ausufern lassen es gibt ja eine möglichkeit gesetzliche möglichkeiten nach den vermieter die miete erhöhen können das ist auch in ordnung ich glaube nicht dass man das gesetzlich also per gesetz regulieren sollte noch stärker glaube ich nicht impfstoffe gegen frage 6 patentschutz für impfstoffe impfstoffe gegen kovid 19 sollen weiterhin durch patente geschützt sein das ist jetzt ein thema das ist mir eigentlich scheißegal ich bin nicht geimpft ich werde mich auch nicht in absehbarer zeit impfen lassen gegen kovid 19 aus diversen gründen ja und das hat nichts damit zu tun dass bill gates mir womöglich ein chip implantieren will nein damit hat nichts zu tun das sind ganz andere gründe und es ist mir eigentlich scheißegal ob die durch patente geschützt sind ich sag neutral es ist mal ruhig ausstieg aus der kohleverstromung der für das jahr 2038 geplante ausstieg aus der kohleverstromung soll vorgezogen werden nein wir haben stand jetzt keine alternativen die unseren energiebedarf deutschland ist eine industrienation wir haben im moment die möglichkeiten nicht die energieversorgung aufrecht zu halten es bringt doch nichts bei uns jetzt die kohlekraftwerke abzuschalten und dann importieren wir uns den ganzen strom aus dem ausland dann wieder von irgendwelche kohlekraftwerke oder sonstigen kraftwerken ist ja egal das ist ja quatsch nee soll auf keinen fall vorgezogen werden blödsinn meiner weinung nach blödsinn frage 8 von 38 gesetzliche rentenversicherung alle erwerbstätigen sollen sollen in der gesetzlichen rentenversicherung versichert sein müssen alle erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen rentenversicherung versichert sein müssen ja sollte jeder einbezahlen ja definitiv und zwar wirklich es sollte wirklich absolut jeder einbezahlen meiner meinung nach sollten beamte auch politiker jeder in österreich ist das glaube ich so es zahlt jeder in die rentenkasse ein und das sollte bei uns auch so sein jeder ganz einfach und dann lässt sich das auch viel eher finanzieren ich weiß nicht warum das bei uns hier überhaupt nicht gemacht wird das völlig weiß ich nicht 9 von 38 abschaffung des familien nachzugs das recht anerkannter flüchtlinge auf familien nachzug soll abgeschafft werden schwierig das ist das ist jetzt so eine frage wo ich jetzt sagen würde es kommt darauf an was heißt denn familien nachzug ja was heißt es die ganze familie bis zur oma bis zur oma anerkannte flüchtlinge das ist halt es ist halt generell dieses flüchtlings und migrationsthema ist eine heikle sache weil auf der einen seite möchte man ja wirklich leuten die aus kriegsgebieten kommen die wirklich verfolgt sind den möchte man natürlich helfen auf der anderen seite kann es natürlich auch nicht sein dass man sagt ja hier alle kommen nach europa egal aus welchen gründen auch wenn es nur in anführungszeichen wirtschaftliche gründe sind auf familien nachzug soll abgeschafft werden da ist wieder eine frage anerkannt also wenn es anerkannte flüchtlinge sind dann dann soll auch zumindest zum gewissen teil ein familien nachzug möglich sein aber halt aber halt auch nicht komplett ausufernd ja ich stimme mal nicht zu auf den umsatz der in deutschland mit digitalen dienstleistungen erzielt wird soll eine nationale steuer erhoben werden soll eine nationale digitalen dienstleistungen erzielt wird soll eine nationale steuer erhoben werden ganz ehrlich ich finde wir haben schon genug steuern für alles mögliche traditionelle familie die traditionelle familie aus vater mutter und kindern soll stärker als andere lebensgemeinschaften gefördert werden das ist mir eigentlich wurscht also ich meine es ist natürlich klar dass wenn ich eine eine klassische familie habe aus der kinder entstehen können ja was zum beispiel bei homosexuellen partnerschaften natürlich nicht der fall ist dann hat das natürlich schon einen gewissen anderen stellenwert nur für die gesellschaft das muss man natürlich schon sehen ja was aber jetzt nicht bedeutet ja dass jetzt das andere lebensmodelle oder andere partnerschaftsmodelle deswegen schlechter werden ist es nur einfach ein biologischer fakt ja und ich finde dass da ich durchaus der meinung bin dass es nicht unbedingt ja fast schon nicht erstrebenswert ist inzwischen in deutschland kinder zu haben ja ich glaube man sollte es man sollte es ein bisschen stärker fördern ja weil wir brauchen kinder es hilft halt nichts und so gern ich schwule und lesben mag solange sie mir nicht auf den keks gehen aber es gibt ja für alle leute ähm ja da werden halt nicht sehr viele kinder entstehen aus diesen beziehungen ja das ist halt biologisch halt einfach so was soll man tun das ist halt biologische diskriminierung meine güte spenden von unternehmen übrigens mich betrifft das ja auch ich meine ich bin ja nicht verheiratet oder so ne also ja ich werde dann auch nicht gefördert na dann müsste man ja sagen alle auch single auch die die sich entscheiden single zu sein oder so muss ich dann gleichwertig fördern ne finde ich einfach nicht nur deswegen um meinen gedankengang dahingehend noch ein bisschen darzulegen spenden von unternehmen an parteien sollen weiterhin erlaubt sein ja spenden von unternehmen an parteien sollen weiterhin erlaubt sein naja das ist natürlich wieder ich würde es verbieten ganz ehrlich ich würde es verbieten weil dann gibt es gar nicht so diese einfluss nicht vielleicht nicht so die extreme einflussnahme von unternehmen auf parteien ja verbieten das einfach mal elternunabhängiges baföck studentinnen und studenten sollen baföck unabhängig vom einkommen ihrer eltern erhalten baföck muss man ja eh zurückbezahlen ja das kriegt man ja nicht geschenkt soweit ich weiß deshalb ja von mir aus von mir aus in deutschland soll es generell also doppelte staatsbürgerschaft in deutschland soll es generell möglich sein neben der deutschen eine zweite staatsbürgerschaft zu haben nein einfach nein bin ich absolut dagegen man muss sich entscheiden ist einfach so es ist ja kein problem man muss ja nicht deutscher werden um in deutschland zu leben das muss man ja nicht ich kann ja auch eine andere staatsangehörigkeit haben und kann trotzdem in deutschland leben aber dieses ich bin beides ne also das halte ich für absoluten quatsch ja für komplette grütze also man muss sich schon entscheiden was was man was man sein will oder was man haben will und wie gesagt wer sagen würde ich will gar kein deutscher werden oder sein ja der kann auch seine andere staatsbürgerschaft behalten aber doppelte staatsbürgerschaft nö weil das ist doch mit welchem recht profitiert man dann von den vorteilen dass ich da wählen darf und da darf ich auch wählen ja zum beispiel ja ich habe dann vorteile gegenüber den anderen und das sehe ich nicht absolut nicht sprachliche berücksichtigung von geschlechtsidentitäten bundesbehörden sollen in ihren veröffentlichungen unterschiedliche geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen nein mein gott gib mir diese genderscheiße auf den keks das ist das ist gruselig das ist absolut gruselig diese scheiße ja und ich sage so deutlich das ist absolut unfassbar das zu sprechen das zu hören dann immer diese gendergerechte sprache diesen blödsinn ja und und auch das das kann man auch nicht vernünftig lesen ich werde das niemals verwenden und ich lese auch solche texte nicht das da höre ich beim ersten mal wenn ich merke der text ist in gendergerechter sprache verfasst höre ich schon auf zu lesen interessiert es mich schon nicht mehr bin ich raus interessiert mich auch der inhalt nicht mehr habe ich schon die schnauze voll so ein blödsinn meine güte nordstream 2 die ostsee pipeline nordstream 2 die gas von russland nach deutschland transportiert soll wie geplant in betrieb gehen dürfen ja ich wüsste auch nicht warum ja um russland zu bestrafen nee komm wollen wir haben der solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden ja das ist längst überfällig längst überfällig kopftuch im dienst das tragen eines kopftuchs soll beamtinnen im dienst generell erlaubt sein nein nein einfach nein ja was jemand irgendwo privat macht seine sache aber es gibt einfach gewisse äh regeln auch was die bekleidung betrifft ähm ich kann auch nicht auf arbeit rumlaufen wie ich möchte ja ohne hose oder so das geht halt einfach nicht es gibt gesellschaftliche äh gewisse gesellschaftliche normen ja da kann man jetzt sagen öh das ist ja blöd das ist ja doof ja kann man sagen aber es ist nun mal so und generell irgendwelche religiösen dinge und zwar egal welchen religiösen dinge haben zum beispiel gerade bei beamten auf irgendwelchen ämtern oder auf dem gericht oder so nichts verloren und das kopftuch ist nun mal ein religiöses symbol und das sagen ja die moslems selber dass sie es aus religiösen gründen tragen ja sie pochen ja immer auf ihre religionsfreiheit und das hat im öffentlichen dienst oder so da schon überhaupt nichts verloren ist meine meinung deshalb nein nicht erlauben verbrennungsmotor die zulassung von neuen autos mit verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein ja jetzt kann ich aufhören mit dieser elektroscheiße da die ganze zeit lieber mal alternative kraftstoffe entwickeln und sowas mal in die richtung nicht immer nur elektro elektro diesen quatsch da schulpolitik der bund soll mehr zuständigkeiten in der schulpolitik erhalten ne wieso das können doch die länder machen sehe ich nicht antisemitismus der bund soll projekte zur bekämpfung des antisemitismus stärker finanziell unterstützen ich glaube das wird ordentlich unterstützt also noch stärker unterstützen als jetzt es gibt es und es ist natürlich immer so wir haben wir kriegen inzwischen in deutschland oder wir haben seit ein paar jahren wieder ein massives problem das kommt aber und das sage ich jetzt auch ganz deutlich und da gibt es auch einige umfragen dazu das problem sind nicht die neonazis also falsch ausgedrückt das haupt problem inzwischen sind nicht die neonazis die gibt es natürlich auch antisemitismus von rechts ja aber wir haben natürlich verstärkt inzwischen muslimischen antisemitismus oder wir haben auch sehr stark antisemitismus von linksextremen von linksextremer seite das ist ja auch gerne mal stark verbreitet und ja man sollte natürlich generell antisemitismus bekämpfen ja das stimmt aber ich glaube das wird auch wird auch gemacht da gibt es da gibt es doch so viele sachen deswegen glaube ich darf da brauchen wir jetzt nicht noch mehr ja man muss es halt vernünftig machen aufträge an chinesische firmen chinesische firmen sollen keine aufträge für den ausbau der kommunikationsinfrastruktur in deutschland erhalten dürfen warum nicht die haben es wenigstens drauf wenn wir die scheiße selber machen dann sind wir bald wieder im mittelalter meine fresse doch sie sollen aufträge bekommen können deshalb stimme ich nicht zu kirchensteuer der staat soll weiterhin für religionsgemeinschaften die kirchensteuer einziehen nein das ist ja auch sowas was mir auf den sack geht ja staat und kirche müssen endlich ordentlich getrennt werden und was soll denn dieser blödsinn dass der staat hier den obolus für die für die kirchen einzieht das ist nee weg weg damit verkauf von cannabis der kontrollierte verkauf von cannabis soll generell erlaubt sein da stimme ich zu austritt aus der eu deutschland soll aus der europäischen union austreten nö ich bin ich stehe zwar in vielen punkten der EU wie sie sich entwickelt hat in welch die richtung die sie sich entwickelt hat durchaus kritisch gegenüber aber ich halte die EU an sich für eine gute sache nur sollte die EU sich nicht sollte sich wieder mehr zurücknehmen ja mehr dinge wieder den ländern überlassen und sich um die wirklich wichtigen sachen können das heißt einen freien markt ja handels eine handelsgemeinschaft militärische bündnisse und sowas und die anderen sachen doch bitte wieder die länder machen lassen also nein ich stimme jetzt nicht zu dass deutschland austreten soll das würde ich nicht für sinnvoll halten aber da muss einiges es muss auf jeden fall einiges geschehen in der EU jetzt muss ich schnell einen schluck trinken entschuldigt bitte mein Hals ist schon ganz trocken Frauen und Männer auf Landeslisten die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen ja diesen Schwachsinn den die Grünen da in wo war das im Saarland gemacht haben ne bin ich absolut dagegen dass es komplette Grütze und dann womöglich immer eine Frau auf Platz 1 so wie es im Saarland ist bei den Grünen ne das hat mit Demokratie nichts zu tun weil das Geschlecht sollte einfach überhaupt keine Rolle spielen die Listen sollen nach Qualifikation besetzt werden nicht nach dem Geschlecht das geht mir auf den Sack die reden das schlagen dann immer Leute vor die eigentlich immer für Gleichberechtigung und Demokratie eintreten aber genau das ist Diskriminierung wenn ich Platz 1 nur mit einer Listen Platz 1 wie im Saarland nur mit einer Frau besetzen darf ist das blanke Diskriminierung fertig und hat mit Demokratie auch nichts zu tun man muss sich das mal vorstellen da treten dann Frauen an die werden halt einfach nicht gewählt weil sie weiß ich nicht halt nicht geeignet sind und der Mann darf nicht auf Platz 1 nur deshalb weil er ein Mann ist das geht nicht ne also das ist ja furchtbar geht überhaupt nicht ich hoffe dass sowas dass sich sowas niemals durchsetzt stimme ich nicht zu Abrechnung über Fallpauschalen Stationärbehandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden ja bei den Krankenhäusern müsste ich sowieso was ändern ich wäre sowieso für die Verstaatlichung von Krankenhäusern da bin ich ein richtiger Sozi ja sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden ja von mir aus Steuer auf hohe Vermögen auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden äh ne das ist ja diese Vermögensteuer ich meine wer viel Geld hat der bezahlt ohnehin viel Steuern ja ich würde da eher auf andere Dinge gehen nämlich dass sich Gutverdiener und so weiter nicht zum Beispiel aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausstehlen können über die Privatversicherung und so ich würde da andere Dinge machen aber ich würde jetzt nicht unbedingt eine Vermögensteuer erheben ne Gesichtserkennung bei Videoüberwachung bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen äh ja da bin ich jetzt nicht grundsätzlich dagegen ich meine wenn ich weiß der Bereich ist Kameraüberwacht und so weiter ähm an diesem öffentlichen Platz ja kann man machen ne wenn das dazu dient auch mal Verbrechen aufzuklären und so weiter ja Ehepaare ohne Kinder auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden äh eigentlich nicht eigentlich nicht weil ähm der Grund für die steuerliche Begünstigung oder oder die ähm ist doch eigentlich halt dass ich wenn ich Kinder habe dass ich finanziell entlastet bin weil Kinder nun mal einen Haufen Geld kosten das ist nun mal so wenn ich jetzt aber keine Kinder habe äh was spielt es dann für eine Rolle ob ich verheiratet bin oder nicht also wenn ich jetzt ohne Trauschein zusammenlebe oder mit deswegen ne ne ich finde eigentlich nicht dass man Ehepaare ohne Kinder steuerlich begünstigen muss also ich sehe den Sinn vielleicht könnt ihr mir den Sinn erklären warum das so ist so sein sollte ne aber ja ökologische Landwirtschaft ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft ja kann man tun warum auch nicht da kommt so ein bisschen meine grüne Seele hervor ne islamische Verbände islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können nein einfach nein was soll denn das islamische Verbände warum sollen islamische Verbände als Religionsgemeinschaften anerkannt werden warum es gibt den Islam und der Islam ist doch als Religion anerkannt was haben die Verbände damit zu tun und schaut euch mal diese ganzen Islamverbände an die bei uns da rumgurken ja da schlagst du auch die Hände über den Kopf zusammen äh nein sollten sie nicht anstieg anstieg des CO2 preises der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant nein den finde ich sowieso behindert was soll denn das nur weil ich jetzt weil die kleinen Leute wieder die Arbeiter die zahlen nämlich wieder die Zeche nur weil die mehr bezahlen wird auf einmal das Klima gerettet weil wir hier in Deutschland eine CO2 Steuer haben wird das Klima gerettet alle das ist so behindert das kann sich gar keiner ausdenken nein ich stimme nicht zu man sollte die Scheiße wieder abschaffen Schuldenbremse die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden ja neutral keine Ahnung Schuldenbremse damit habe ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt ja aber ich denke man sollte nicht übermäßig sich auch nicht komplett verschulden also ja okay Asyl nur für politisch Verfolgte Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden ja das ist aktuell so oder sollte zumindest aktuell so sein und so sollte es auch bleiben Asyl ist genau dafür da für was denn sonst Erhöhung des Mindestlohns der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden ja könnte ich mir gut vorstellen weil 12 Euro das ist jetzt auch nicht die Welt davon wird man mit Sicherheit nicht reich ja und ja sollte man tun Besteuerung des Flugverkehrs der Flugverkehr soll höher besteuert werden ist mir völlig egal Leute das ist mir scheißegal ob das höher besteuert wird ich fliege nicht das ist mir wurscht Homeoffice Unternehmen sollen selbst entscheiden ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben ja klar das ist eine unternehmerische Entscheidung wer soll das sonst entscheiden der Staat ne natürlich sollte das genauso sein ja so jetzt kann man natürlich hier noch wer den Wahl- und Markt schon mal gemacht hat der kennt das natürlich man kann jetzt die Thesen entsprechend gewichten ja also wie wichtig die Thesen sind für einen selber ja also noch mal muss ich mal schauen ich habe bei ein paar habe ich mich ja so ein bisschen enthalten das mit dir das finde ich wichtig das sollte nicht so sein dass man ab 16 wählen kann gesetzliche Rentenversicherung das finde ich wichtig auch dann hier das mit der Kohleverstromung finde ich auch wichtig traditionell ja Parteispenden doppelte Staatsbürgerschaft das finde ich auch wichtig oh Gott was wird da rauskommen wenn ich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft bin meine Güte Sprache das für ein wichtiges Thema ne so eine Scheiße hier meine Güte Abschaffung des Solis ja gut Kopftuch im Dienst ja mein Verbrennungsmotor will ich haben Aufträge an Chinesisch das da ist auch wichtig blöde Kirchensteuer da weg hier Austritt aus der EU Frauen und Männer genau das ist auch was ganz ganz Schlimmes wenn sowas kommen würde Steueraufruhe Vermögen EPA ökologische Länder das finde ich auch wichtig äh Anstieg des CO2 Preises auf keinen Fall ja Erhöhung des Mindestlohns wäre auch wichtig ja so genau da haben wir ein paar wichtige Thesen jetzt können wir hier die Parteien auswählen und wir wählen natürlich alle Parteien aus die im Bundestag sind CDU, CSU, SPD, AfD, Freie Demokraten die Linke und Bündnis 90 die Grünen so das sind die Parteien die drin sind was gibt es hier noch zur Auswahl schau mal Freiwälder die Partei Mensch, Umwelt, Natur, NPD was die gibt es auch noch okay Piratenpartei was die gibt es auch noch ÖDP V-Partei Vegetarier und Veganer okay Demokratie in Bewegung Bayernpartei jawohl Bayernpartei ist die richtige für mich was ist das hier Allianz für Menschenrechte Tier- und Naturschutz Marxistisch ja die Kommunistenheit Partei für Gesundheitsforschung die haben sich nicht mal ein Logo leisten können hier was ist das überhaupt für eine Partei Partei für Gesundheitsforschung was machen die denn das war ja eigentlich die Corona-Partei Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller ja wer möchte das nicht DKP noch mehr Kommunisten die Grauen Panther waren das nicht früher mal die Grauen Panther für alle Generationen Büso Bürgerrechtsbewegung Solidarität Partei der Humanisten die Urbane eine was eine Hip-Hop-Partei ach du liebe Güte Sozialistische Gleichheitspartei vierte Inter das ist das schon wieder wie viele Kommunisten haben wir hier eigentlich Basisdemokratischer als die Basis genau Bündnis C Christen für ach Gott ne Christen Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel der dritte Weg das sind die allerbesten hier äh die Pinken Bündnis die Pinken ach du mei mei herz was ist da herz haltung haftung hoffnung ach keine Ahnung europäische Partei Liebe liberal konservative Reformer Partei des Fortschritts Lob Partei für Kinder Jugendliche und Familien Lobbyisten für Kinder Süd Schleswig Wählerverband Team Totenhöfer jawohl die Gerechtigkeitspartei unabhängig für Bürgerneidemokratie und Wolt wir gehen jetzt erstmal zum Wahl-O-Mat-Ergebnis jetzt bin ich gespannt was kommt denn raus hier oh mein Gott es ist genau das eingetreten was ich befürchtet habe 67,3% Übereinstimmung mit der AfD was jetzt wohl eindeutig beweist dass ich ein Neonazi bin meine Fresse das bedeutet was bei diesem Test rausgekommen ist wo stehe ich politisch ist völlig für den Arsch ich bin Neonazi oh mein Gott was mache ich jetzt immerhin noch 60% mit der CDU gemeinsam nur 46% mit der FDP 34,7% mit der Linke SPD 33,7% und das war mir von vornherein klar 27,6% mit den Grünen Übereinstimmung ich habe gedacht das wäre vielleicht noch weniger ja ähm sehr schön ja ganz hervorragend was kann man jetzt hier eigentlich machen Tuning also da kann man noch nach okay Parteienvergleich Begründungen ach da kann man dann noch ja gut das das machen wir jetzt nicht aber auf jeden Fall hier AfD bei mir auf Platz 1 mit 67,3% ja das kam übrigens bisher bei allen meinen Valumat Ergebnissen raus ja das ist halt einfach so was soll man tun deswegen wusste ich das schon so ungefähr da hätte sich jetzt schon gewaltig was ändern müssen ähm das liegt vielleicht auch daran dass gerade bei diesen Islamthemen und Zuwanderungsthemen die anderen Parteien ziemlich ähnliche ähm Zugänge dazu haben und die AfD das ein bisschen anders sieht ja äh und ich da ja auch ähm ja so manche Hinsicht kritisch dem gegenüber stehe und auch diese diese Umweltthemen sind ähm mir äh also ich bin jetzt keine Umweltsau ja ich finde viele Dinge sehr sinnvoll ich finde auch dass man die Umwelt äh nicht zusauen sollte und man sich da verbessern sollte weil ich halte den Weg ähm entschuldigt bitte der hier gewählt wird aktuell eben mit CO2 Steuern und so weiter für völlig für völlig falsch und auch mit dieser ewigen ähm Elektromobilität und so das ist in der Form nix meiner Meinung nach sehe ich so naja und dann dann ist es halt so ja okay ne wir können natürlich jetzt mal jetzt machen wir mal einen Gag und werfen mal wählen mal alle Parteien aus weil ich jetzt mal sehen will was wie die restlichen Parteien aussehen so die Grauen okay also ich müsste eigentlich die Grauen wählen äh für was stirbt da 79% meine Güte für alle Generationen sie bekennt sich zu soziale Gerechtigkeit und fordert mehr Bürgerbeteiligung Volksentscheide auf Bundesebene sowie eine Herabsetzung des Wahlalters auf was auf 14 ich hab doch gesagt ich möchte nicht unter 18 trotz ihres Namens sieht sich die Partei nicht als reine Interessenvertretung von älteren Menschen boah Bündnis 21 NPD ach die NPD ist auch ziemlich weit vorne bei mir unabhängiger dritte Weg was ist LK was waren jetzt LKR liberal konservative Reformer ne genau das hier von Bernd Lucke ok die Basis AfD also die also 76,5% mit der NPD ja ich würde wirklich sagen das sieht mir sehr nach Nazi aus scheiße wer ist denn jetzt ganz hinten immer noch die Grünen die Grünen egal welche Partei Partei die ich auswähle die Grünen sind immer auf dem letzten Platz bei mir naja das hab ich mir auch gedacht ok dann würde ich sagen ähm war's das für dieses äh für dieses Video ähm wenn ihr den Valomat macht könnt ihr auch mal gerne äh euer Ergebnis in die Kommentare schreiben ich weiß politische Sachen das ist immer ihr müsst ja nicht dazu schreiben wen ihr wählt ihr könnt ja einfach euer Ergebnis ich sag das auch nicht ne heißes Eisen heißes Eisen immer ein heißes Eisen weil man kriegt von einer Seite egal was man wählt von einer Seite kriegt man immer aufs Maul das ist halt so ähm deswegen ähm könnt ihr aber trotzdem gerne reinschreiben was bei euch als Ergebnis rausgekommen ist oder äh ja genau könnt ihr machen und ansonsten natürlich gerne ihr wisst natürlich Bescheid einen Daumen hoch oder Daumen runter für dieses Video äh je nachdem wie es euch gefallen hat und ähm wenn ihr mögt sehen wir uns im nächsten Video dann wieder ich weiß noch nicht was als nächstes kommt schauen wir mal vielleicht stolper ich über irgendwann irgendwelche crazy Videos äh zu denen mal eine äh kleine Reaction oder sowas machen kann äh oder sonstige Dinge ähm schauen wir einfach mal ja und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder ach ja ihr dürft natürlich auch sehr gerne äh wenn ihr es noch nicht gemacht habt meinen Hauptkanal abonnieren die Bundesfilmanstalt da geht es um eher lockere Themen zum äh zur Unterhaltung ja über Filme und Videospiele und Merchandise und was auch immer ich verlinke euch den Kanal gerne unten äh schaut da gerne mal rein und wir sehen uns dann entweder hier oder auf dem anderen Kanal das nächste Mal hoffentlich wieder macht's gut bis denn ciao und servus und servus